ja auf jeden fall stefan helft auch das alles gut ist ja auch in dem video nicht nur dauer und fehler machen ja mich das stören würde es gibt es noch gar nicht 25 punkte fehlen mir jetzt noch das sollte aber in der nächsten runde möglich sein so noch den ochsenkopf dazu gewonnen für die lackierung das ist gut das ist sehr schön hier werde ich auch noch anbringen ja diese fünf mal xp physik schmecken natürlich ruhig durfte besser sein das finde ich natürlich angemessen das finde ich natürlich richtig so den pinsel ich natürlich noch sofort gesehen wenn ich jetzt die normale tarnung habe diesen gemütete tarnung keine markierung drauf machen genau das gehört zum verkaufskonzept von war gaming dazu natürlich immer einzelne verkaufen damit du dann und naja weiß ja die server müssen auch bezahlt werden ja hier noch ein valentine action x tarnung so vor dem packen wir mal darauf dass sie doch sehr gut aus ja warte mal wieder falsch gemacht ich muss ja auch gute klicken hier ja damit der aufgeber wirklich drauf kleben muss man das machen denn hier los ja das sind aber schweinehunde das ist mir tatsächlich auch schon mal aufgefallen dieser panzer hat schon lackierung gekauft und wenn ich da jetzt noch diese elite kennzeichen drauf machen will dann soll ich die schriftzüge und die tarnung neu kaufen da sollte jetzt 300 gold für bezahlen genau das schreibt auch das richtig das mache ich natürlich nicht also fahre ich da lieber ohne also machen wir cancel hier würde das mir zu gierig was wir die tarnung schon einmal bezahlt habe dann soll ich sie noch mal wieder voll bezahlen das ist natürlich auch verarschung und das war auch noch nicht immer so ab irgendeinem patch gab das mal dass mir das aufgefallen ne ne freunde so mache ich das auch nicht mit dass es mir dann auch das geht einfach nicht auch nicht den selben kram immer wieder das ist doch quatsch naja das muss ja jetzt nichts gut haben sie das forum abgestellt damit man das dann nicht reinschreiben kann dass das so ist aber deswegen kaufe ich es trotzdem nicht also das funktioniert dann leider nicht ohne überlegenheitsabzeichen fahren naja ich werde drüber weg kommen ja bestimmt ja die man hat sowieso so viel komische sache von zeit zu zeit wo man sich echt auch denkt okay gut dann ja das schlimme ist ja auch dass man immer denkt viel 25 erfahrungspunkte werde ich jetzt schaffen zum letzten gefechtsergebnis sehen wie gut oder fährt es sein müssen wahrscheinlich darfst du nur dass du einfach losfahren sogar der letzte verlierer hat irgendwie 46 bekommen für die letzte runde ich habe 15.240 gold städte oder was es da heißt oben rechts in der ecke wahrscheinlich dass sie für die freie erfahrung das ist natürlich ganz ganz ordentlich neunpanzer kaufst dann kannst du dich sicherlich schon mit ketten eindecken der turm die kanone das sind ja alles nur vierer im moment sind die alle günstig ja das wird später schlimmer ja das ist ja auf jeden fall schon mal sehr gut und sehr wertvoll für dich da kannst du ja schon einige grinds mit überspringen das sicherlich gut 15.000 da kann man schon was mit machen ja das auf jeden fall nicht 50 15 ich meine ich auch 15 also selbst aber das ist ja schon gut und viel da kannst du den erfolgerpanzer sowieso schon mit durchklicken wenn du das willst über die freie erfahrung oder soll man gar nicht machen haben wir früher im forum immer gelesen weil man die stelle irgendwie später brauchen wenn wir die größe sind die ganze irgendwie ja zum einen das und zum anderen hast du das was du in dem anderen panzer lernen kannst dann eben nicht gelernt wenn du es einfach überspringen aber so ist nicht schon zufallsgefecht dauert ewig hier fast zweieinhalb minuten und ich habe schon halbe stunde meine serve weg das heißt man hat reserve halbe stunde gefühlt fünf bis zehn minuten warten warte zeit oh die karte war was neues dann dasselbe nochmal es möchte hier aber nicht so defensiv bleiben bestimmt verlieren wir dann wieder sagt es doch wir können uns ja aufteilen auf jede seite einer jeden panzer durch die mitte schneiden und dann ja nö wir sind zu dritt also auf jeder seite einer einer fährt durch die mitte durch nein ja das muss ich tatsächlich mal sehen was wir machen sinnvoll wäre es wahrscheinlich einfach mal so machen also ich würde schon bei einem von euch bleiben dass wir der wesen sie dann irgendwie wie unsere ziele wenigstens absprechen ich bleibe mal bei stefan der hat nämlich noch was genau ja mal gucken immer wieder durch die stadt und dann mal sehen doppel klick auf die zwei gleich die gold money geladen und denn wir haben immerhin auch dreimal s 35 den premium panzer und vom wappen her sind jetzt auch glaube ich was hast du gesagt die schnee haben die mitgemacht da genau ja das ist general snow da drüben wobei es dann auch oft heißt das sind die pfeifen die sich noch keine größeren wichtig wappen eingestellt haben weil die noch nichts besseres erreicht haben als zu weihnachten den tannenbaum geschmückt das bedeutet diese das bedeutet diese orden tatsächlich wenn du dein dorf schön gestylt hast und schöne tannenbäume tannenbaum schmuck gekauft erforscht hast und entwickelt hast durch deine spielzeit dann bekommst du diesen orden aber wenn du das zu weihnachten hast ist alles gut dann haben das auch sehr viele auch gute spieler und wer das jetzt noch hat ja der ist wohl ja interessiert am spiel heißt es immer und wenn man dann so guckt sind das oftmals auch accounts mit 44 prozent gewinnraten und 43 und so einfach nicht so richtig gut wenn du denkst die machen für dich die abschüsse was du sport ist dann ließen die einfach nicht und treffen einfach nicht und er kriegt er sucht das war jetzt nicht so gut die treffen mich ihr erste die wissen jedenfalls was sie machen da nicht so schlecht bis jetzt aber ich treffe ihn auch so vorsicht hier wer ist das hier bei mir hier kann man durchschießen und hier zwar zwischen diesen bogen an dem gebäude rechts und hinter uns ist noch ein sumua s35 ich habe mir auch von hinten in die kiste geschossen und da war meine runde auch vorbei hier haben sie mich von uns dreien als ersten ist doch nicht zu fassen ich bin schon sehr frustriert ja gut download 85 schaden konnte ich machen wir sollten ja die 25 punkte sein ja ganz locker das glaube ich schon den schaden habe ich nur 159 wenn du sagst du hast auch schon das heißt ich warte jetzt nicht im gefecht ich gehe raus schon mal die kanone die kriegst du noch nicht die kriegst du erst dann wenn das spielergebnis auch kommt und das ist erst wenn der letzte panzer gefallen ist ja eben jetzt auch mit raus alle dips raus das ist natürlich traurig ja trotzdem besteht erst 4 zu 6 also das dauert noch ein bisschen wir haben noch nicht gewonnen und 4 zu 6 und zurück kann ich nicht mehr oder doch wieder rein ins spiel nicht nein aber ich gehe jetzt auch raus aus der karte weil wenn wir schon weiter sind können wir trotzdem gleich die nächsten nehmen oder wir warten das macht mir war das nichts ja mein wegen gern klar was mir hier einfällt hier ist noch ein funker drauf der kann noch ein skill anfangen zu lernen 47 prozent hat er immerhin ist ja ganz gut so zum glück haben wir zwei s35 die gegner allerdings auch bt5 die können also auch schnell fahren aber gut schnell fahren ist und habe ich auch keine angst vor dass da wurscht ja aber die s35 die will ich ja nicht unbedingt irgendwo finden müssen oder wir fahren mit unserem s35 und mal gucken was die so machen die sind immer nicht so das ist ja schon mal was wo sind die jungs jetzt eigentlich hier wahrscheinlich hier links genau hier fährt fahren sie beide das war gut in eine mandarin so kann sagen wir eine von denen hat auch eine schöne tarnung darauf das schon mal gut ja meine ist doch auch hübsch ich bin der mandarin also also das mandarinen netz sehr gut irgendwann mit irgendwas muss man seine panzer jahrt haben ja ich bin hier bei klapperkasten mit seinem s35 er schießt auch aber kein gegner schießt zurück auch wichtiger keiner spottet mich muss ja gut die s35er sind hier mitten in der stadt war ein spot ein mka ein tier 2 erste tote bei uns wie schade schlecht ja ist aber mit dem steward bist du da ja weit nach vorne gekommen oh ja das ist ein bisschen arg weit gewesen deswegen ist er ja auch raus einfach mal gucken wo die sind und zeigen wo sie sind hier in meiner osten ja aber das ist eben das problem keine spotting damage weil die sind ja für dich jetzt schon alle zu und jetzt gibt es auch schon wieder keine punkte mehr deswegen das rechnet sich immer nicht auch wenn ich die ersten zwei jahre so gespielt habe ich habe nämlich als erstes den tier 5 amx erforscht der war noch richtig teuer der kostet damals 56.000 xp auf tier 5 das war natürlich brachial aber damals mussten fünfer scouts auch noch mit 10er panzern spielen ja das ist lange her durch mein kumpel mit der hellcat immer die erste maus gezeigt und alles der war ganz schön genervt weil der war natürlich durch dieses matchmaking dann auch in aussitzloser zeit und ich habe scout fahren im grunde genommen auch nicht anders gemacht als stefan uns das eben vorgemacht hat dann kommt man mal lachen weil man 10er gesehen haben dann war die runde auch vorbei wenn man dann engagiert auf statistik gespielt hat dann ich habe mich vertan hat das falsche teil gekauft nein ich hatte gedacht ich brauche 3.500 mehr 3.700 jeder das ja noch einen weiten weg nein ich habe es ja durch die schlacht jetzt parallel 3.644 punkte also gut oder ordentlich da gibt es ja schlimmeres 54 fehlen mir noch und dann kann ich mir die kann ich habe dachte ich gehe jetzt aus dem schlachthaus und holen wir schon mal die kann aber dieser gang warum ganz munsto danke für dein besuch bis zum nächsten livestream oder in der folge abo nicht vergessen und kommentar und wie heißt das schön glöckchen aktivieren und immer schön pipi und ara machen vom bett gehen mal sehen ob ich diesen gh dazu fassen kriegt noch habe ich 100 prozent punkte also ich wir liegen zu einem panzer im rückstand das war wieder nicht so toll aber siehst du da ist auch so du wirst voraus mal hier er merkt auch gar nichts sehr schön ja und trotzdem da kommen wir hier panzer aus dem westen das ist ja für dich auch immer noch nicht gewonnen jetzt bist du auch noch ganz alleine okay okay ich komme mal wieder zu dir zurück und das bringt nicht viel so viele gegner ist natürlich auch mal für einmal ja jetzt haben sie dich da auch so richtig erwischt und er denn da eigentlich der ist one shot und zwar zwei ja das war zu viele ja das war gesehen und trotzdem konnte ich nicht so wahnsinnig viel dagegen tun vielleicht kriege ich immer diesen panzer zwei hier mal raus was eher schlecht ist dass der m15 mich getroffen hat jetzt ist er hier nein der ist auch noch immer in deinem haus ja vor allem bringt er den cruiser auch noch mit der ist auf der karte zu sehen was bist du denn für eine 1 hp mensch geht darauf ich habe mir doch die neue kanone geholt weil der munster gesagt hat es hat mich jetzt ja nicht hingekostet da rechts oben ja 30 oder 54 weiß gar nicht mehr wie ist er bin ich hallo hat er gut gemacht leider was machst du wo man muss davon ja ja meine kommt hier auf jeden fall die machen das sehr gut ja ja dass du das hier gegen zwei zu spielen ist so kacke usa 2 da war ja früher gefährlich da der große haubitze in einer großen kanone ach er prallt den ab so schluss mit dir so dass er noch ein fcm aufhören so okay so schlecht naja tage de quiet du bist mal raus kollege fcm kommt von händen noch ein spiel wie schlecht okay minus für dich okay jetzt habe ich auch nicht allzu schlechte chance für keine haps und trotzdem und trotzdem was meine jetzt mit dem das weiß ich nicht egal ich lasse den erst mal zu gehen dass den erst mal zu gehen mal gucken ob ich den dann überrascht krieg siehst du so mal sehen da musst du noch lange warten da eine minute ja easy mal sehen ob das easy wird hier ich bin da noch nicht so von überzeugt mal gucken ja aber solange in der basis start wissen wir wenigstens wohnen genau deswegen rechne ich jetzt nicht damit dass der mich hier sieht hier kann er mich nicht treffen vielleicht für ihn ja und trotzdem muss ich ja auch wieder zurück 37 sekunden ist ja auch mal für ein eimer so mal gucken ob ich ihn jetzt kriege hier bevor er mich sieht wenn der da weiterhin steht hinter dem busch der direkt vor dir ist etwas links jetzt muss ich wirklich das geben dass ich den noch mal zu fassen krieg 15 sekunden ist aber echt nicht so toll 12 also unter uns ne ich bin jetzt echt ein bisschen weit gefahren nicht so raus bist du mein freund ja ja hier kommen da und bist du ja mit seinem fcm wie er keine chance hat ja ist scheiße das ist das schwierige an diesen französischen panzern an den lotis das ist ein bisschen geht so ja ja wie oft bin ich bei solchen versuchen auch schon draufgegangen bin ich ganz froh dass diesmal nicht so oft nirg auf nirg naja ich habe dort sind 25 bekommen sehr gut erfahrung richtschütze habe ich bekommen und natürlich wieder ich habe den überlegenheitsabzeichen diese klasse wieder genau aber für mich durch das sogar erste sein das ist natürlich hammer aber ich die defender medaille habe weil er eben 70 punkte schon hatte und die habe ich resettet die top gun für sechs kills ist okay wow und die die langen lades metal für die steuer ließ vor einem wiegelsweiler attempting to capture the base so ist es das gibt es bei mir nicht sehr schick ja so jetzt habe ich die neue kanone schon drauf super ja gespannt was sie kann jetzt muss ich ja gewinnen oder also mit der mit der fünfer kanone jetzt muss da ja und wir waren aber alle in der top ten ja ja ich auch ja natürlich das ist natürlich auch was das ist ja ein echt armes schwein gewesen im fcm 36 progetto 65 meine jungs sitzen hier drin der progetto 65 im vierten skill im dritten skill sind die bei 85 prozent der andere waren anfänger das habe ich ja nun sehen können der hatte ja nun irgendwie nichts auf seinem panzer und da machst du einfach nichts ja neuer da warst du noch nichts mehr ja und trotzdem ist es trotzdem nicht jede runde die ich so ein ergebnis habe das war schon trotzdem gut das klasse und das live im internet im internet das kommt noch dazu vor der ganzen welt aber ja schon deutlich üblere runde geht wie solche sachen ja das ist wahr die habe ich ja nun auch diese kammer ich war es auf overlord durchgerückt auch mit meinem t110 e3 und die war als letzter von unserem team mit mit dem t95 übrig und mir hat zusammen einen w.t. auf panzer 4 gejagt ich habe ihn aufgemacht ja der ist uns halt einfach davor gefahren genau der ist auch noch schnell er hat zwar von mir schon kassiert kette und ja aber es hat halt einfach gekreucht und als sie dann hätte schießen können waren dann auf einmal weg ja und klar wenn dann auch mit zwei so panzer monster die halt einfach lärmarschig sind ohne ende hinter so im herfahre wildschirps nein wenn der das clever macht dann ist das so wie das in der runde eben war da kann der einfach nichts gegen die machen ja jetzt wie man spannend ob ich schon von der fünfer kanone jetzt fünf stück beim gegner die sind vor allem gut bewaffnet passt da bloß auf vielleicht auch wieder was von mich betrifft vielleicht bin ich auch da wieder der erste der vor jodelt und tot ist das ist ja nicht schlecht ja müssen sie also ich bin ja eh so furchtbar langsam ja das stimmt du spielst du auf nummer sicher das ist ja auch vernünftig auch nummer sicher ist relativ aber der valentine schalte einfach langsam ja also ich war auf jeden fall mit der masse mit ich würde gerne sehen wer räumt eigentlich die karten dann immer auf wenn die ganzen panzer kaputze nach der runde da gibt es ja witzigerweise von wargaming auch ein video wo das mal gezeigt wird ja ich dachte es da kommt einfach mal so ein tornado drüber und dann nicht aufgeräumt nein nein der laufende glaube ich stelle die post wieder hin stecken manneken sie bauen die zäune wieder auf und sowas das würde ich ganz schön ist schon drei vier jahre alt meine ich da gab es das tatsächlich mal und da schon wieder peitsche glaubt die komplette ja ich glaube komplette gegner team ist auf das seite runterkommen total schlecht ich meine vielleicht seid ihr ja schnell genug im norden dass er da durchbrechen könnte und dann hier machen oder wir müssen jetzt alle in die verteidigung und irgendwie versuchen die aufzuhalten ich fahre natürlich jetzt auch richtung südosten dann muss wieder gold munition mal durchladen und dann müssen wir den mal ordentlich einen reinjucken da aber auch schon drei panzer weniger das ist schon mal nicht so gut dieses gegner platoun 1 das haben wir auch schon öfter gehabt in den runden vorher weiß aber nicht mehr ob wir gewonnen oder verloren hatten aber wir haben glaube ich alle mich gerade im blick kräfte in 2g aber ich muss vor allem mit diesen s35 da mal rausklicken da nicht dass der gleich mich als nächster erwischt das können ich dem eigentlich nicht dass einer mit 5 hp oder auch drei des jedenfalls one shot oha jetzt kommen die einschläge bei mir es geht mal gar nicht das ging tatsächlich nicht gut aber auch der ist weg sehr guter schuss stefan ich bin voll in die zieht reingefahren sehr gut das muss es aber auch die wenn man sehen dass ich jetzt mal ein bisschen hochkomme dass ich auch mal wieder schießen kann sehr gut noch ein schöner hit mag er denn da kommt auch da hochgeklettert abgeprallt den habe ich gekriegt den sushi sehr gut 5,6 das ist ja noch nicht verloren so elpheitsche ist raus der hatte zwar 2 kills aber der ist weg sehr gut hier ist schon der nächste kopf siehst du minus 114 sehr gut den hatte wohl noch jemand getroffen von uns ja das ist nur noch der hier vorne da müssen wir aufpassen dass du da nicht reinfährst dass der dich auch noch erschießt das ist natürlich schlecht aber was macht der denn da ja der ist das man sieht ihn immerhin schon durch den berg das heißt fahren wir dem gh hier hinterher dann brauche ich nicht erster sein brauchst noch ein s35 und der t 127 dieser hier der aus der mitte kommt ja der hat mir jetzt gerade aufgemacht naja das ist wie bei willem tell durch die hohle gasse muss er kommen und das tut er auch gleich aber der weiß noch nicht dass ich hier kommen 1971 wie alt er ist hier mein freund minus 57 9 zu 5 5 zu 9 ist auch mal nicht so toll noch mal minus 69 schlecht für dich und noch mal minus 50 und noch mal weg und so schluss mit dir so und da oben sind noch zwei das ist aber nicht so gut ja 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 jetzt ist mein jahre weg ja 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 die treffen mich ja richtig aufhören jetzt hier oh nein jetzt bin auch ich raus ja ach ne killcam muss ich nicht haben da sieht man die beiden haben das leider gut gemacht ist so sind noch viel zu viele gegner mal sehen der arme stefan kriegt jetzt auch druck hier wir fahren nicht hin stefan der hat die haps das bekommt ihr nicht gut dass ihn den fehler machen okay gut in das man gebaut und trotzdem jawohl super den maler den habe ich auch schon gesehen auf der map hier der da das ist ein hilfreicher mitspieler für dich der ist wichtig naja deswegen habe ich ja abgelenkt aber das an dem weg ständen auch vorsicht von rechts zwei panzer ja absolut sehen wollte schon weg fahren aber ja ist wahrscheinlich irgendwann die großen zahlen zu viele gegner wo ich mich versteckt habe das hat mir einige punkte gebracht aufklärungspunkte ja 765 aufklärungspunkte sehe ich wo das viel für tier 3 super 532 trefferpunkte und 231 bouncing hat 1200 kombiniert das fährt da bin ich mal gespannt wie viel noch ein tagesziel mit 650 erfahrungspunkte noch zu bekommen jetzt auf jeden fall gutes ergebnis weil kombiniert hast ja dann 1200 damage verursacht das auf tier 3 natürlich sensationell da bist du bestimmt im ergebnis dass du top 5 haben kannst leider als niederlage aber ok sieg bringt immer 100 prozent bonus xp das heißt ja das wäre natürlich sehr toll gewesen ja kann man sagen vielleicht hätte ich mich da nicht so schnell down machen lassen sollen nicht so schnell vorfahren da ich würde lieber fragen warum die anderen so wenig kills haben weil wir haben alle drei unsere kids gemacht jeder wenigstens ein wenn die andere natürlich auch ein paar mehr hätte und so aber naja hätte wäre wenn bringt auch nichts das heißt da hätte jemand von anderer seite auch kommen können die weg machen ja ja ans c zeigt uns dass nur eine ecke kämpfen auch den sieg nicht bringt und naja da ist natürlich auch keine chance mehr also ganz ehrlich ich habe schon mal als letzter und da bin ich einfach rein und hab einfach ja bringt ja nichts die zeit ist einfach noch zu lange wenn noch zehn sekunden wir sagen okay aber bei sieben minuten hast du ja keine chance was jetzt machen können die anderen wesens in panze auch die augen und ermöglichen sie ihre verbündeten und wieder weist irgendein steam ding habe ich wieder gewonnen bekommen sehr gut war gespannt also ich habe ja wie gesagt gesagt ob das 239 was bei niederlage glaube ich trotzdem gut ober erster diese habe ich ja gesagt also bestimmt gutes ergebnis freut mich ja dass was so ist aber so sicher ist sein du lernst auch was dazu und zeigst uns das auch finde ich gut ich habe 8000 minus aber irgendwas ist ja immer ohne premium konnte hätte ich sogar 12.000 miese gemacht naja das kommt ja dazu du spielst du noch ohne premium konto also noch viel besser naja das war das wieder hier meine progetto 65 crew okay das muss schon sein nachdem ich vor dem gefecht ab geht's genau so ist es und nämlich die auch noch mal so jetzt gern mal die minen karte mal gucken ob wir kriegen für dich morgen werde ich ja wieder ein livestream haben mit dem simon da werden wir truck and logistik simulator spielen und vielleicht wenn wir zeit haben und er noch lust will er wahrscheinlich war mal auf tank starten oh die karte hat man ja noch gar nicht heute genau auf die haben wir ja zumindest schon mal zwei drei gute runden gehabt das ist ja schon ganz gut aber immer auf der anderen seite ja das können wir auch ausüben hoffe ich bestimmt so da ist wieder der klapperkasten den haben wir nämlich letztens auch schon im team gehabt weder im team oder im gegner team im s 35 weiß ich nicht der spielt aber solo und dann noch zwei s 35 dabei und wir haben nightmare den habe ich glaube ich noch nicht bewusst gesehen aber den aller nikolai mikolai mit dem s 35 habe ich auch schon gesehen bin ich ganz sicher ich glaube auf jeden fall ich weiß nicht so genau ich wäre auch in die mitte gefahren hat mal den ersten spot gemacht und werde mich dann gewundert wenn im norden so dass er mich sieht da finde ich gut hier bin ich auch nicht schnell genug dass ich auch hinterher noch die hinterher eilen kann das ding gehört ja auch brutal 195 schuss hat der panzer das ist natürlich viel so siehst du meinen spot aber keiner schießt und der sieht mich zum glück auch noch nicht Pech für ihn also ist gar nicht mein spot ich habe jetzt gedacht ich kriege wahnsinnig viele punkte dafür aber unser steward der die punkte kriegt ist mir auch wurscht ja trotzdem schieße ich hier lieber noch nicht sonst bin noch zu weit weg vom gegner ich kann gar nichts passt auf jeden fall auf der start t 127 irgendwo fahr ich mhm so ein premium der kann auch nicht hier 10 crew haben was macht der denn da den s 35 minus 50 jetzt fährt er weg gerade okay die stadt haben wir verloren noch ist nichts verloren mensch der m3 haut ab der sthv haut auch ab mit aufpassen nur dass sie dich nicht alle auf mal unter feuer nehmen können wobei das bist ja auch gar nicht du okay das stimmt ich ziehe mich hier zurück das bringt hier nichts ich fahre zu dir stefan zumindest in eure richtung stadtzentrum die minimap sagt dass es ganz gut ist ja das ding hier fährt zumindest er fährt jetzt hier gerade ich glaube 40 fährt er wohl hier bergab auch 49 du musst mit tempo 50 also nicht drauf gehen da so du hast ja noch 100% gehabt ich muss mir jetzt mal zurückziehen ich wollte gerade sagen der arme stefan kassiert hier auch ganz ordentlich ja genau das war's den roten valentine dann mal bei ihm treff und jetzt vom links da kommen die s 35 vom gegner auch noch auf ihn zu wir sind ja das ist ja mal kacke hier aber die hat schon ein bisschen schade kriegt und zwar beute ms 35 aber der macht minus er schießt nämlich mit gold so man drauf gehen hier ja kann er ist auch tot das haben wir für den eimer aufhören jetzt hier und bin ich gleich weg oh ja es sieht nicht gut aus bin auch schon wieder vom aussterben bedroht hier ja 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 das ist auch schnell ja 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 aber ich glaube man wird im weiteren verlauf auch sehen die die zurückgeblieben sind da am spawn die werden auch feststellen dass sie das nicht dass denen das vermutlich nicht hilft ne vor allem die werden Stück für Stück raus na ich weiß nicht weil die müssen ja auf die fläche kommen aus der stadt oder auf der einsatzfeierlinie also wenn die jetzt wirklich alle einzeln kommen und einer nach dem anderen dann dann kann es gar nicht für unsere verteidiger gehen denn wenn die gegner in der fahrt sind dann müssen sie ja immer wieder erstehen bleiben zum zielen und dafür schießen unsere leute schon sofort kommt zum beispiel klapperkasten mit seinem s 35 erstmal schießen wir noch vorbei und auch der war ohne wirkung auch der war ohne wirkung ja 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 der ein glück erstmal sind wir erst mal minus 11 aber haben sie jetzt auch noch einen kill gemacht naja machen sie noch einen kill also ne schauen wir kriegen die verteidiger das hier im moment doch nicht so richtig gut hin ja weiß man ich glaube der kasten ist raus ich weiß nicht so recht aber jetzt ist das natürlich völlig offen nach osten da können die natürlich einfach angefahren kommen na gut die haben nur noch 500 hp mehr also so viel ich wollte gerade sagen normalerweise haben die angreifer das schon schwerer als die verteidiger weil wir können in den positionen stehen und eingezielt sein jetzt müssen sie halt wirklich auf die angreifer die durchschlagstreffer erzielen auf den valentine ist natürlich immer so eine sache aber hier der panzer 3e hier vorne wo ich gerade zugucken kann der verliert ganz schön hp naja ich bin auch gerade beim drauf und habe mich gefragt wieso treter denn eine wanne nicht ja was natürlich auf diesen niedrigen tierlevels teilweise auch so sein kann dass es eben auch noch viele unerfahrene spieler sind die das vielleicht gar nicht wissen ja das ist durchaus dran gut also ich versuche meine wand immer so zu ziehen dass quasi die wenn man so die außenseite sozusagen immer zu ihm guckt also wenn er links von mir ist dass er quasi dass meine linke kette quasi ein bisschen weiter vorne ist genau damit er quasi so abholt weil andersrum ist ja quasi zeigst du mir quasi dein inneres also wenn du ja wenn du rechts quasi länger fährst und das so sieht ja das ist die sogenannte diamant stellung er ja klappt nicht immer weil wenn sie aus drei richtungen kommen dann bin es nix nein nein dann leider nenne aber gegen die basis wird erobert ich finde es sehr interessant dass wir uns das noch angucken können mal sehen wie denn das wirklich wird vielleicht es ist wirklich so gewesen dass unsere verteidiger das wirklich leichter hatten als sie angreifen ja da wir sie natürlich alle mürbe gemacht haben in der stadt deswegen auf jeden fall ja ja also wir haben unseren beitrag gemacht sicherlich auch ohne kill aber hps gemacht haben wir hoffentlich ja doch das wäre ja nun wenn der zweite hier bei uns zum cap kommt in 30 sekunden auch schon gewonnen und ich bin mir nicht so sicher dass die gegner nochmal zur verteidigung doch der 1c ist natürlich schnell genug er ist nochmal aufgetaucht aber der kann natürlich auch ganz schnell der erste tote sein ich guck mal was der 3e so treibt von uns zu den angreifern ja jetzt ist ich bin gerade beim 76 90 und wir werden ja gekämpft aber der geht nicht vor also wir haben auch vor allem da ist er jetzt da kommt noch mal einer zock ja vor allem der s 35 ja leider die ja das war nix ich wollte gerade sagen der 1c ist jetzt ausgestorben so der s 35 war aber relativ leichtes spiel ja schade entschieden bis jetzt ja die sind zu zweit zurückkommen das haben sie letztendlich gut gemacht ja ja geblasen und den sieg von uns verhindert das fand ich jetzt ehrlich gesagt überraschend dass die das alle so gemacht haben auf jeden fall ja gut zwei fahrer dem zug miteinander auf jeden fall ja ja das ist zum beispiel was wo züge denn zusammen spielen und dann doch irgendwie überlegen sein sollen das ist nicht nur theoretisch so das kann tatsächlich passieren mal sehen was der s 35 von uns treibt der hat immerhin auch schon zwei kills der nightmare ob er diesen ue 57 noch findet das ist der mit der klapperpanzerung aber der doch tollen kanone ja der muss eben gegen den zug s 35 spielen und hat nur noch 70 hp das ist wenig ja aber wenn man ihn so anguckt den s 35 der hat auch überlegenheitsabzeichen an der seite links da kleben das sieht ja schon ganz gut aus ja doch doch auch kein anfängeraccount oder zumindest kein anfängerpanzer das ist ein baumstamm in der kette ja das stimmt das sieht ein bisschen krank aus da wächst was aus dem panzer macht er nur weil das tarnung ist ja ja jeder Busch jeder Baum ist tarnung man muss sein fahrzeug immer reinigen naja nein nein tarnung an den so mal sehen der 40 L da der hat ja auch nur noch 5 hp der via pro naja und vor allem wird auch schon 4 kills gemacht warten die jetzt auf unentschieden oder ich glaube der s 35 die kommen auch über die schlucht da hinten ja kann durchaus möglich sein jetzt kommt wirklich das spiel fehler vermeiden und nicht der nächste tote sein der nächste offene nicht der nächste tote oh ja der marder 2 als jagdpanzer der kann natürlich auch da an der ecke stehen der kann da mit seiner kanone sicherlich auch noch viel schaden machen aber der steht ja direkt im Busch das ist doch gar nicht gut ich dachte man sollte ein bisschen weiter hinter stehen aber wenn die quasi ja aber wenn die quasi direkt vorm kommen kann er theoretisch mit dem Doppelbusch vermutlich vier so ohne dass er direkt aufgehört achso weil er stört ja nicht vorne außerhalb vom Gebüsch es gibt ja in der wiki auch eine Anleitung wie das mit diesen Punkten ist wenn ein Panzer eigentlich gespottet ist es gehört glaube ich immer der oberste Punkt auf dem Turm dazu dann gibt es glaube ich einen Punkt hinter der Wanne und irgendwo gibt es noch einen dritten Punkt und wenn ich glaube zwei von diesen drei Punkten offen sind dann wird ein Panzer als offen angezeigt ja und deswegen glaube ich schon dass der so wie am Busch steht ausreichend getarnt ist da guckt er nur die Kanonenspitze von ihm ja es guckt eigentlich nichts groß raus aber der hat schon Blindschüsse abdreckt auf jeden Fall da wurde schon Blindschüsse auf den dadurch dass er jetzt alle auch über den sechsten Sinn verfügen ist es vielleicht auch einfach so dass die Leute einfach aus 400 Metern in den Busch schießen weil die eben wissen da ist auch die Wahrscheinlichkeit dass da ein TD auf ihn lauert relativ groß ja das ist richtig das ist schon schön taktisch das Spiel hier ja ganz erstaunlich dass der mit dem 40L jetzt hier unten runter zum Wasser gefahren ist ich will doch nochmal campen ja dann versuchte aber ich vermute er ist aufgegangen sonst würde er vermutlich jetzt zurückkommen ja ich glaube ich auch wahrscheinlich ist der U-750 zurückgefahren oder meinen die das ein das hätten wir auch Vorsteller ich glaube auch der will jetzt vor allem einfach keinen Fehler machen noch 2 Minuten 38 ich glaube und hoffe dass das sehr sehr durchdacht ist was der hier macht gut dann hätte er wahrscheinlich eine Tarnung drauf aber man wies es halt nicht sieht halt so komisch aus mit dem Reifen da hinten drauf stimmt das ist halt im Ersatzrad ne ja ja Vorsicht ja ja dies war es nur noch 2 Minuten Spielzei hier auch wirklich jetzt sicher sehr schwierig noch durch capp gewinnen zu wollen finde ich auch es ist schon auf es muss eigentlich der ue 57 sein aufgedeckt hat das war so würde ich jetzt gar nicht so unbedingt denken das muss tatsächlich jetzt ich denke auch die s35 je nach weil die s35 die würden ja wahrscheinlich jetzt hinterher fahren oder nicht er hat ja so wenig punkte ja dass keiner geil auf den wird und versucht den kill zu machen das ist natürlich wirklich ein bisschen seltsam ja also wenn ich jetzt erst über 30 werde ich würde denken der welt aufgetaucht hätte ich probiert einen schuss zu machen ja 57 ja da wahrscheinlich ja keine panzer und da traut sie es nicht aber da könnten mit einem schuss halt weg holler ja das ist ja auch gedacht wenn er kann ohne her schaden macht sie genauen durchschlag hat sie auch drei erst hier immer und er war jetzt nicht so verdeckt wo da quasi auch von der mittleren passage raus gekommen ist ja aber ich glaube haben die sich auf unentschieden geeinigt die weiß nicht erscheint so zu sein dass keiner wirklich einen fehler machen kann und deswegen gibt es auch keinen sieger von hinten ich meine da 57 der steht in der stadt und hatten von da aufdeckt wurde zum beispiel auch sagen kann ja siehst du da sind jetzt weiter jetzt da gut ist vor einer weg aber deswegen kriegen sie trotzdem nicht mehr schnell genug reload nachgeladen der zweite und da versucht es keiner mehr von denen ist okay okay unentschieden auch nicht schlecht ist für uns auch nicht schlecht ne auch es zählt nur positiv der sieg und unentschieden ist kein sieg und deswegen wird auch gleich bezahlt wie die niederlage also das ist leider doch schlecht da sind die ganz knallhart ok ja für die statistik ist ganz gutes wenigstens in niederlage weniger aber wie gesagt vor allem ist es kein sieg mehr das ist richtig ja aber man muss ja immer auf sieg spiele es wird schaue oder spaß am spiel einfach muss macht ja immer nur sieg wir gehen nur um sie diese russische philosophie dabei genau da gibt es ja auch kein schummeln schummeln ist ja nur dann dumm wenn man sich erwischen lässt heißt das ja genau so wie beim dopen für olympia und so da ist das ja so wie in amerika ja na ja also das hat man mal ziel da t6 medium m8 es und sagt m 32 ist wirklich super jahr an der b2 ist es dann auch premium da wahrscheinlich oder ja genau das deutscher premium panzer wo ist er denn damit ich ihn angucken und wurde wieder ausschaut den gab es eigentlich auch nur für 35 euro und mehr wie viel 35 euro und mehr ich kann mir nicht vorstellen so viel für ein panzer auszugeben außer er steht hey also das steht hier bei mir im regal oder so ja das war bei mir im grünen genommen auch am anfang immer zu teuer ich habe mit fünf also ich habe ein ding ein tp fuchs bei mir hier von der welt zusammengeklebt von der woher hat katze bildung geschmissen bild fliegt aufs panzer drauf und die beiden vorderländer machen knick nach außen gefährlich für die katze nicht dass sie auch noch die strafe zahlen muss als teppich vor leger enden muss aber das kann man ja nicht wenn man aus die hatte macht man das ja auch nicht die hat auf jeden fall einen ganz bösen blick von mir bekommen ich wollte gerade sagen da muss ja das ganz bösen blick so bin ich mal nicht in die schlucht gefahren mal gucken ich habe ja eigentlich gehofft dass ich hier irgendwelche td spotten kann die dann hier von hier von dieser terrasse aus beschossen werden können aber da ist ja kein roter aufgegangen das ist ja erstaunlich weil sichtweite habe ich da auf jeden fall hin vielleicht kann ich diesen wetman tiny hätten eingeben ja der fährt da hinten übers schneefeld ich glaube du triffst ihn schon ganz gut ich nicht doch jetzt nein ich habe es auch falsch gemacht ich habe die gold munition nicht benutzt wobei die auch bei dem her nicht schneller fliegt was macht er denn dann lago aber sehr gut hier kommt es noch ein sehr gut und noch ein er brennt sogar das ist ja gut ich sehe ihn gar nicht mehr jetzt spielt automatisch ein feuerlöscher was ist denn mit dir los du bist du direkt bei mir offensichtlich hast du dann nicht die aber macht ja nichts oder auch die andere ausrüstung alles gut so der ist jedenfalls raus und ist ja kein nachteil 3 zu 2 super trotzdem hier breche ich das ab ich fahre zurück zur base verteidigung nach südosten da müssen wir auf jeden fall aufpassen wo kommen viele diese da das geht mal gar nicht die crew auf dem panzer ist tatsächlich nicht wirklich überragend ja es sind halt einfach an zur stufe die deutlich zu selten fahrt ich habe den bilder aufklärt ach das stimmt ja auch das ist ja dann valentine ich habe meine valentine crew jetzt im übrigen auch im training gesetzt valentine was ist das ein leid tank nicht und das ist der medium ich glaube der ist leidner er ist auf jeden fall ja ja die habe ich in meinem td immer im achter premium drin hier ist der td ach so eben musste das nehmen was du hast in letztens noch mal ein bisschen gefahren da habe ich sie in mein achter light tank gefahren ich habe gedacht das passt zum trainieren dafür ja light tank sind prinzipiell zu wenig der hat der hat ja ich habe die meiste also einiges an heavies dafür ja so das scheint auch nicht so gut zu klappen so richtig anstürmen tun die hier noch nicht auf der seite aber wenn ich hier natürlich vorfahren kann ich für die frechheit natürlich auch noch gleich einen auf die nase kriegen ja das ist halt genau das problem ja der ist immer noch da hinter dem stein und dann ist er auch zu tief am wasser und jetzt ist er auch weg matilda kommt jetzt zu euch ja 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 genau er kommt tatsächlich mal doppelklick auf die zwei damit ich die gold munition lade damit ich ihn noch durchschlage das wäre auch besser klappt aber nicht abgeprallt ne ne freunde ich werde mich nicht mit der matilda anlegen und dann vielleicht bleibt der g h ihn an ah ich weiß nicht so recht da kriege ich jetzt die seite von ihm ja minus 60 minus 60 ich würde mal sagen diese matilda hat jetzt echt ein problem verdammt vor allem schießt er jetzt auf mich hör auf damit ah ja ready to fire sowas ist mit deinem valentine nicht aufgeben mach den matilda down der g h ich mach das der zu mir guckt und ihr schießt ihn dann ab genau siehst du abgeprallt an der seite auch hier jetzt vielleicht in die seite genau wie er erwischt aber wieder der pack 40 so jetzt greifen wir zu dritt in matilda an da wollen wir mal sehen so gut ist er dann doch nicht mehr minus ok da ist der td jetzt irgendwo rum da flucht ja vor allem dreht er mir das auch wir haben nicht mal den hintern durchschlagen so aber die seite und die front und seite nicht vor dem turm siehst du ja wie jetzt so daumen bist du so toll ist der matilda gar nicht doch ist er schon er meint ein guter panzer man ihn zu dritt beackert dann ist halt doch zu viel da ist der pack 40 vielleicht kann ich mich jetzt mal rechnen er hat genau er habe ich ausgenommen er mir das ist eine frechheit sowas erlaubt er sich genau so nicht so schlecht ist jetzt das tor offen dass wir da mal hinfahren ich weiß nicht so recht oder kriegen wir gleich von den verteidigern auch wieder einen auf der mütze 41 sollte da nichts mehr groß standen ne weil ich glaube ich alle da oben noch dort wo der hetzer ist das ist eine reine geplatzt an der stelle die roten punkte zählen da ist der maler der td und der guckt auch genau in meine richtung aber er hat mich noch nicht gesehen ja das hat man richtig gesehen wie der seine kanone bewegt hat ab welchem moment der mich gespottet hatte wo muss der stuart komm mal wieder hier dann wollen wir das mal besprechen wie das so ist hast du ein gesprächsbedarf ja mit dem auf jeden fall da muss man reparatur noch zahlen so tschau very nice very nice und jetzt der pw 39 aus tschechien ist aber auch schon fast weg mit 42 ich bounce ich noch dann schieße ich mal in den sand wunderbar so ja okay du hast auch verloren mein freund ist so k13 mit dir ist auch gleich vorbei woher hier ist ein tiefes loch fast hier fast reingekracht ja das geht ja gar nicht da muss ich ja mal wechseln aus der richtschützen ansicht jetzt kommt er weg nicht für mich macht nichts sehr gut drei kills gewonnen alle hatten wir einen kill sehr gut nichts mit euch zu meckern alles gut sehr schön ja ich sage manchmal nur noch bis zwei und dann ist aber auch schloss da würde ich auch zustimmen so ist es welche medaille hast du ab die lebe das ist irgendwie das steht da im text drin das war ein fündisches tank ass der destroyed seven tanks and one tank destroyer ganz so viele hatte ich jetzt nicht aber ich hatte zwei enemy tanks oder tank destroyer in einem medium panzer in einem kampf genau das war doch sehr gut dann nur dann nur auf die wieder besser sein dass er sich ja diese crew hier von dem 10er panzer die funktioniert wirklich gut eine sehr gute runde freuen wenn es mit dem sieg geendet hätte ich wenig meine tagesaufsagen mit 650 basis erfahrung weil die fehlt mir heute noch okay da muss man mühe geben dass wir das noch hinbringen hier was machen wir denn jetzt hier waffen brüder für alle oder für den letzten oder wir können auch die funk reichweite noch weiter erhöhen ich weiß gar nicht ist die nicht sowieso das ist ein dreier der hat wohl keine 4 45 meter oder lieber die waffen brüder ich glaube die helfen mehr machen wir das einfach mal die waffen brüder sind ja so je mehr insassen sie haben diese fähigkeit umso mehr gilt das für alle da zählt immer der durchschnittswert von allen wir haben dann also nicht 100 prozent grundfähigkeit sondern da zählt dass wir können dann sogar 110 prozent grundfähigkeit haben plus dann dieses zusätzliche genaue schießen und reparatur geschwindigkeit und alles aufgerechnet genau es macht halt einfach das fahrzeug nun mal etwas besser ja deswegen das ist ja bei meinem panzer das immer mit als allererstes kett ja früher war das so ja heute ist es ja so dass jeder einzelne crew insasse die fähigkeit auch lernen kann und dann hilft es ihm auch schon und deswegen ist es eben so dass ich bei vielen aber die scharfschützen fähigkeit des richtschützen trainiert habe weil die verbessert dass die zielgenauigkeit um zehn prozent und die der waffen brüder tatsächlich nur um zwei oder drei und deswegen lerne ich erst den scharfschützen dann die tarnung damit ich nicht aufgehe und dann die waffen brüder hinterher weil die vorher schon besser getan sind und besser und genauer schießen können ich verkannte das ist statistisch nicht belegen wie viel das vorteile bringt aber ich finde das für mich irgendwie sinnvoll bis zum nächsten mal eine powerpoint vorbereiten ich wollte gerade sagen ja genau die das auch machen ja bestimmt die experten die das machen ja und ich könnte einblenden das wollte ich sagen das wäre dann auch das mindeste ja klar ein slide joke und hier Kuchenbilds und Diagramme und dass sich da viele aus dem Ausland auch schon gewaltig mit beschäftigt haben mit Glockendiagrammen die da gezeichnet worden sind welche Effekte was bringen und welche Verläufe dann was bringen und wie das dann in der Zukunft ist und das kann man ja tabellarisch alles schön hochrechnen mit Excel und so und in Diagrammformen darstellen das gab es ja alles schon ich weiß nicht tanks.gg stefan hat man dir schon beigebracht ich war schon traurig aber ich spiele eher dass ich da auf der seite bin und es mir anguckt ja genau nur wenn du weiter spielst dann kommt das sicherlich irgendwann zu dem punkt dass du ja auch mit dem Geweiß die dir beim Panzer fahren einfach helfen ja diese kurs gilt zum Beispiel meine Karte die Minen Karte wir kennen uns ja ein bisschen aus aber hier zweimal ist 35 beim Gegner aber diesmal nicht im Zug okay zwei Valentines im Zug das wissen wir da müssen wir aufpassen wir haben nicht nur die Games sehr gut ja dreimal General Snow okay ja das ist nicht so schlimm hoffe ich jedenfalls ich fahre mal wieder auf die Insel und guck mal was passiert ja da fahre ich mit oh man die muss gehen ich würde bei dem Fahrzeug jetzt gar nicht einfach der Turbo einschalten nein doch Lachgras vor allem wenn man es gewohnt war schon weil so ein Fahrzeug mit 24 25 ist einfach arg langsam ja mal klar mein T110 E3 fährt auch nicht schneller aber da ist wenigstens berechtigt knallt er den wie so richtig wenn du den Mausknopf drückst ja das Maus ist auch nicht schneller das ist auch wohl auch wahr nein hier stehe ich nicht den 3E da unten habe ich nicht gesehen von GamingV der muss da mal raus aua der schießt mir in die Seite vielleicht hat er mich nicht mal gemeint ne ich glaube auch das hat wohl einen von unseren Valentines gemeint der ist auch weg da kommt noch mal raus dann gibt es mal einen du brauchst mal einen neuen Commander durch den Commander-Turm geballert hast du ihn wieder geheilt oh ich werde daneben geschossen du brauchst noch einen neuen Commander Mensch du hast so viel Ersatz dabei ich glaube der wird dasselbe sagen wie ich leider ist mein du hast dann noch im Reload aber ich hatte da noch eine Artie getroffen bt7at der ist hier ich bin ich ganz froh weil ich weiß ich wo er ist ja da seid aber bloß vorsichtig die treffen dich auch aber jetzt judelt ihr ja zu dritt davor oder zumindest der 116er der Premium auch ein Premium auch ein Premium hm oh ich gehe wieder auf ich weiß natürlich nicht wer das war der 2G fährt vor das finde ich gut da ist der bt7at offen schießen kann ich aber noch nicht also nutze ich die Geschwindigkeit dann sind wir nämlich zu dritt im Anflug da auf ihn und dann ist auch mal Schluss so minus 31 target and quiet mit der rechten Maustaste bin ich schon mal drauf das ist ja gut so minus 49 und raus bist du sehr gut allerdings ist unsere Base auch an der Heavy Attack und zwar hier da sind ja auch vier hm ich weiß nicht äh ich störe mal mit euch weit da kommt ein Panzer ja ein S 35 ober aber der fährt äh der fährt weg naja der fährt weg genau der ist zum Glück noch weit weg ah er hat auch noch irgendwas aufgange bei 7 zu 3 werden wir hoffentlich nicht verlieren gleich die Artillerie da ist der T29 T29 von oben hier geht es zum Berghof deswegen schleiche ich doch mal hoch naja gut ich habe noch die Goldmunition durchgeladen der soll ja jetzt auch rausgehen da wir wollen nämlich gewinnen hier siehst du target acquired und raus bist du gerade Marder ach ja du versandest wie ich gerade so Marder so ready to fire naja alles gut wie mich trifft der S35 so haben wir aber nicht gerechnet hier down der Marder kassiert ich wahrscheinlich auch gleich wieder aufhören jetzt 9,5 also verloren haben wir noch nicht ich werde mal hier erstmal sitzen sonst habe ich keine HPs mehr was ist da der S35 der muss immer Reparaturkosten bei mir bezahlen